Das Blue Hotel Portororosa liegt in Furnari in Sizilien und Liparische. Das Blue Hotel Portororosa ist beliebt unter den Gästen, 82% empfehlen das Hotel weiter. 62 Gäste haben das Hotel als gut bewertet. Durchschnittlich wurden 4,7 von 6 Sonnen vergeben. Nun die Bewertungen im Detail. Zimmer, Sauberkeit, häufiger Wäschewechsel, gute Ausstattung wie Fernseher und Balkon, das macht ein sehr gutes Zimmer aus. Die Hotel Gäste sind sehr zufrieden mit den Zimmern und vergeben 5,3 von 6 Sonnen. Gastronomie, eine großartige Küche bietet dieses Hotel, 5,1 Sonnen werden für die gastronomischen Leistungen der Küche vergeben. Hotel allgemein. Gäste loben den guten Zustand und die Sauberkeit des Hotels. Hierfür wurden 4,9 von 6 Sonnen vergeben. Service. 4,8 von 6 Sonnen erhält das Hotel für den Service. Dieses spiegelt den guten Service des Hotels wieder. Sport- und Unterhaltungsprogramme. Die guten Sport- und Unterhaltungsmöglichkeiten in diesem Hotel sind den Gästen 4,4 von 6 Sonnen wert. Lage und Umgebung. Viele Gäste schätzen die gute Lage des Hotels und vergeben 3,8 von 6 Sonnen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.